Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Ich bin Daniel 2001, mit dabei habe ich heute den Leon, den John, den Maxi, den Tobias und den Dennis. Moin. Wir sind heute am weitesten Dreschen, müsste eigentlich Weizen sein, haben Auftrag dafür bekommen vom Bauer Jupp und ja, wollen wir mal loslegen. Leon und ich fangen ab, Maxi und John fangen den Überladewagen und Dennis und Tobias fangen heute mal den Drescher. John, wen willst du von den beiden nehmen dann? Ich nehme das. Okay, dann nehme ich Tobias. Wie ist? Ja. Fahre ich falsch? Die sind alle rechts rum. Und wir müssen rechts rum. Ja, dann fahre ich den anderen Tor halt. Ja, soll ich gleich rechts runter, oder? Die hinterher. Die hinterher, ja. Wir fahren auch nur Tor heute. Ja gut, wir haben Zeit, bis die mal voll sind. Nein, nein, nein. Vielen Dank. Brücke. Nachher mit vollem Wagen wird das, glaube ich, schwieriger, an die hochzukommen. Hm, glaube ich nicht. Wir haben so viel PS unterm Arsch. Das geht schon, normalerweise. Sehen wir ja dann. Oh, ist so. Äh, achso, mit hier Strohablage oder ohne? Äh, machen wir mit. Okay, gut. So, dann links da vorne. Und dann wieder links. Nächsten. Ja. Na, Maxi. Na? Oh, Leon, jetzt kommt der von hinten. Mit hier nicht. In Not. Handbremse ziehen. Schaltest du auch, oder? Ja. Grob. Ja, ja, Heike. Aber wie viel tun schaltest? Ähm, meistens bei 2000. Aber, ja halt, mein Fall, wenn ich dann nicht mehr schalten kann, dann fahre ich halt Vollgas. Ja, ja, ich meine, ne, wenn du noch hochschalten kannst. Ja, dann immer bei 2000 meistens. Okay. Wer hat das dann... Aber ich guck da nie genau drauf. Ich schalte dann, weil ich das... Können wir das links müssen, gell? Ihr könnt da unten warten. Ja, hier können wir rein. Äh, Nils? Ja, ich drehe um. Du kannst dich grad noch weiter... Ja, ich drehe um. Ich drehe um. Irgendwo, wo ich jetzt umdrehen kann. Ähm, wir stellen uns einfach da... An die Seite hin. Weil die... Ja... Ah... Ah, ja. Was? Ich fahr jetzt einfach hier rein. Solange nix um nicht ist, ist ja alles okay. Ja, ich nix um. Ich fahr jetzt einfach hier oben hoch und dann... Irgendwo, ob ich hier umdrehen kann. Oh. Oh, hier kann man umdrehen. Ich hab mir jetzt hier hin platziert. Ein bisschen weiter ausholen. Tobias? Ja? Wie wollt ihr gleich fahren? Ja, ich würd sagen erst... So, dass wir beide einmal außen rum sind und dann die Stücke fahren. Schaffst du aber nicht, ne? Wie bitte? Schaffst du aber nicht. Und ich möchte nicht durch ein Bestand fahren. Ne, ich... Ich bin jetzt schon 25% voll. Ja, man kann ja ein bisschen rückwärts fahren und ein bisschen rausfahren aus dem Feld. Geht das ja. Oder einmal drehen oder so. Kann man's machen, ja. Das geht doch, Alter. Ach, wir beide verstehen uns hier schon gut auf der Koppel. Ne, dennis. Ja. Ja. Rücken, ich hab... Besser vor mich hin, ne? Wo muss ich jetzt rein? Ein Feimer hier hin, das passt schon. Wenn wir uns hier platzen, das geht halt nicht. Tobias? Ja. Du lässt eine Reihe stehen, ne? Oh, ne. Ich hab ein Heim stehen gelassen. Du hast grad bei mir durchgehend eine Reihe stehen gelassen. Bei mir hab ich nur einen kleinen Heim stehen gelassen. Nur knapper geht's nicht, oder? Ähm, fährst du mit GBS oder ohne? Ich fahr ohne. Okay. Du? Ohne. Hey, das passt aber voll. Ganz knapp. Du hast... Du hast... Du hast kein Gewicht dran, oder? Ne. Nö. Das ist ganz knapp. Macht nix. Versuch mal bei mir mitzufahren, Nils. Dann musst du stehen gelassen. Tür aufmachen. Tür wieder zu machen. Kann John bei dir mitfahren, äh, Nils, meine ich. Ja. Ja. Äh, wo ist eigentlich der zweite Überladefahre? Steht hinten an der Ecke. Wo hinten an der Ecke? Ne, nicht ganz an der Ecke. Oder nicht ganz an der Ecke. Warum steht der da rum? Weiß ich nicht. Du lässt was stehen, Tobias. Was? Hat er gemerkt. Wann er jetzt so wiederkommt. Äh, was... Wer ist halt mal 39, bitte? Tobias, Tobias... Ey, 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 ey! Ey, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Tobias, lass mich mal ran, sonst rein. Oder hat er die gleiche Idee, wie ich hatte? Lass mich mal kurz mitfahren. Warte. Nils, das wollte ich auch gerade machen. Halt! 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 Leon fährt bei John mit, ich fahr bei Maxi mit. Ja. Anwalt Zeit. Ja. Ja. Das stimmt. Dass die mal voll sind. Oh, das stimmt. Wir haben jetzt die... Wie heißt die nochmal? Die Map? Kernstart. Kernstart. Und, ja. Die Map ist eigentlich ganz geil. Hier gibt's eine Feuerwehrwache. Die Feuerwehrwache führt... ...unser lieber John. Ja. Wir haben das ja mal vorbei gemacht. Ich bin übrigens auch mal in einer Feuerwehr. Ich kann... Woll ich nur mal so am Rand sagen. Jetzt in V-Life, oder? Ja, in V-Life. Dann sind wir schon mal drei auf Server 2. Ich geh ja noch in die, äh, Jugendfeuerwehr. Aber bin in der Jugendfeuerwehr. Du denkst, das fährt mir ja jetzt so. Ja, irgendwie. Ist ja irgendwie kurz rausgeflogen. Ja, dass wir nicht Pflanzen zerstören drin haben. Ja. Die ganze Reihe umgebrettert. Genau das haben wir im Wackney drin. Jo. Wo ist der, ne? Also ich glaub... Also gedüngt hat er, glaub ich, auch nicht. Was ist das? Hier ist mehr Umkraut dazwischen, als alles andere. Hier, lass mich eben hier... ... auch mal fahren, Maxi. Ich will auch mal n'runde jagen. Ja. Hm? Hoop. Hier zu. Aber dafür ist die Feuchtigkeit eigentlich ganz gut. Vom Getreide. Ja, das geht. Ja, das geht. Entgehen, Klaas. Das große Rennen. Boah, Tom. Boah, Tom. Boah, Tom. Du Scheiße. So. Verrückwärts schon. Leckscreen oder was? Was? Leckscreen oder was? Ist immer noch so wie auf der anderen Map. Boah. Tobias hat recht. Du lässt was stehen. Bei mir lass ich überhaupt nicht stehen. Darum ja halt. Bei uns schon. Genug sogar. Es lässt nichts mehr. Oder fahr ich halt immer so. Jetzt fährst du noch die Reizen, dann fahr ich wieder oder was? Ja. Ach ja. Aber echt bloß stellenweise. Schreibt euch mal in die Kommentare, ob mal ein paar Videos mehr von uns kommen sollen. Von Server 2 halt. Können auch gerne mal ein paar Vorschläge reinschreiben, was wir so testen sollen für euch. Unsere Meinung mal zu geben. Oder so. Lass dich immer noch was stehen? Nein. Nein. Gut. Du, da fahr ich jetzt immer so. Es ist immer gut, wenn du da bündig fährst. Bis bald. Ich muss schon ein bisschen mehr als bündig, weil sonst... Ja. Bei mir nimmt ihr die mit bei euch anscheinbar ja nicht. John. Hm? Wie ist es eigentlich so ohne in die Spiegel zu kauen? Jetzt muss ich mal in die Spiegel gucken. Wir sind eingeklappt. musst du erst mal ausklappen sehr böse nie ist ich bin Rambo, ich bin Rambo, Junge äh John wieder Einsatz nein bleib mal kurz stehen John Spiegel ausklappen hier haben wir so ein Feuerwehrfahrzeug auch wenn jetzt manche in LS schreiben werden das gehört nicht zum NS wir haben da einfach nur auf Spaß mal sowas holt uns jetzt mal wir machen jetzt sogar was für euch jetzt hast du hier Durchlüftung hier ist es jetzt nicht in meinen Ehewehren nein, nee, nee, bitte nicht bitte nicht können wir machen, wenn ihr einen Unfall gebaut habt oder ein Special oder so nein, es wird so ein Special kommen, wenn mal wieder hier um 6500 angewachsen ist oder so dann ist es so wo ich es fragen dieses Pferd, oh, wo war er Alter ist ja schnell! Was ist? Nein! Alter! Alter ist ja schnell! Der ist noch nicht hinter uns oder? Den bin ich noch nicht gefahren. Der ist ja auch noch oben bei der Feuerwehrwache. Oh je je je. Zum Glück. Der kommt gleich angeblendet und mit 200. Ja! Der fährt! Der ist ja unter unteren. Wie schnell fährt der? Schneid das bitte raus man! Warum schneid das raus? Hier ist alles drin. Wir können auch gerne mal so ein Special für euch machen für die Feuerwehrfahrzeuge. Mal Feuerwehrfahrzeuge mehr reinnehmen und dann mal so ein Special machen für euch oder so. Aber dann fahr ich nicht mit dem hier. Würde euch Amateur echten Special machen? Das kann ja was werden. Das habe ich ja gestern gesehen. Also John ist ja nicht. John ist ja nicht. John ist ja nicht. Wie bis 100% durch Tobias. Ja mache ich auch. Ja. Kann ja Dennis auch machen. Und der hat ja Bremsen wie sonst was war. Ist Dennis hinter mir? Jo. Nie ist im Anflug. Im Anflug mit 200. Links. Mit 190, 108 Sachen. Ich sehe den nicht. Der ist oben noch bei 10. Jetzt kann ich ja gerade durchballern. Ja jetzt ballert er komplett gerade durch. auf. Baut nur zum Schluss einen Unfall. Dann müssen wir ihn bergen. Ja. Ja. gut dann nicht. Anstatt dass er André bergt. Anstatt dass er André bergt. Feuerwehr Kern statt für Eigenrettung oder anderen. Es leckt. Weg ja. Karte lädt. Wieder. Ich darf nicht zu schnell fahren. Dann äh John ein bisschen zurück. Muss außerseitig entfahren. Jetzt kann er nicht zurückfahren. Auch wenn du komplett einschlägt. Das ist Dennis beim Rückwärtsfahren. André ist Richtung. Rückwärts. Nein. Dann was machst du da? Ja genau Pfeife. Reicht. 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 Seid runter. Seid runter. Habt ihr davon Mars gehört? Ich fahr ich fahr ich fahr auch falsch war? Ich fahr ich fahr auch falsch war? Okay. Irgendwie bewegt sich keinen. Ganz geil. Die kann mich nicht bewegen. Warum? Extreme. Weil ich ihn nicht machen kann mehr. Gar nichts mehr jetzt. Ich kann mich nicht bewegen. Warum? wir können fahren ich hätte besser drescher fahren können dann wäre mir nicht so langweilig es hat keine vorausgesehen dass die so lange brauchen bis mal hier über lade voll ist obwohl und darauf an jetzt wie schnell ist unsere hänge voll haben ich weiß nicht wie viele hänge sie voll machen wie es geht er ja nicht nicht mal traktor angemeldet mein träger glaubt denn hier ist seine einsatz nicht so zählen die zahlrein trecker nein und konnte nicht machen und den großen ließ hat sein träger sind angemeldet ach so eher gar nicht das war hier ja ich sie auch schwarzfahrer und denn es funktioniert alles gut bei dir ja alles gut guter ist wenn wir bald jetzt einmal rum sind gleich denn ähm gleich die stücke ne ok hab ich jetzt mal nicht gesehen hab ich jetzt nicht gesehen also zwar mal ein paar steine im schneidwerk aber sonst alles gut mal ein paar schweine im schneidwerk ok steine ach so steine ich hab wahrscheinlich also ja maxi hat auch nur das was er verstehen will schweine waren bei uns schon mal in der fallenpresse ja aber irgendwie im schneidwerk ja das wollen wir auch jetzt so überhaupt sagen also wir haben mal ein wildschwein mit gehäckselt das kenne ich auch das wollten wir jetzt eigentlich nicht so wissen aber ist schon ok also nils denn einer anhänger ist schon voll ja gar nicht denn noch nicht ja ich komm gleich ich komm gleich mit 25.000 nochmal her ich warte jetzt bis äh ja wo ist sonst einer hier fahr ich gerade ach so äh ja ich kann runter gefahren obwohl ich warte noch ähm er macht ja sein noch rechtlich voll und da kann er ja noch was zu mir rein tun oh und dann hau ich ab nach unten nach oben eher gesagt ich muss aber warten bis dann ist ein zufall einmal sind ja obwohl eigentlich könnt ihr hier stehen bleiben weil wie weit ihr jetzt gekommen seid weil wie weit ihr jetzt gekommen seid wo ist denn hier ist wo ist denn hier ist der fährt ab der fährt ab ach so der macht nochmal voll warum steht hier unten der einsatzwagen von der feuerwehr der bin ich gerade gefahren die fahrt immer wieder zurück da ne lasst ihn doch morgens stehen wir wollen ich hab nachher noch eine folge vor vielleicht also im video das special richtig nein vielleicht noch oder vorstellen im gucken das sagst du jetzt in dieser folge oder wie nein ein anderer nein du hast gerade gesagt du machst vielleicht ja ist auch egal Tobias ja wie willst du dann gleich fahren willst du einen Strich durch das Feld ziehen oder äh ja ich hab mich ja ich würde sagen wir fahren fahren Maxi lass mich erst ihm voll machen bitte eigentlich eigentlich müssen wir in der mitte einmal durchteilen sodass wir uns nicht gegenseitig äh alles gut ja oder eine fährt unten also einer ganz unten und eine ganz oben dann stehen halt zwei körper unten am feld und zwei körper oben auf feld so wie bei der kartoffelernte ja müssen wir mal gucken wie wir das machen ja hat jeder dröscher ein überlade überladefahrer und ähm zwei körper ja oder halt dann kann jetzt ja nicht mehr der seite an und der andere an der anderen seite schon kann jetzt ja nicht mehr ja das kann man hier auch machen so dass man sich in die mitte zu rein arbeitet sozusagen ja bin entweder du oder ich wir können ja dort zu fahren weil wir haben ja jetzt zeit ohne ende ja dennis wollen das so machen ja können wir machen einer auf der seite und einer auf der anderen gut dann fahr ich jetzt zur anderen seite und dann bleibst du auf der seite hier oh dann fahr ich runter ich stelle mich unten hin willst du vorher nochmal abtanken Tobias? das können wir nochmal machen ja ja witz fahr mal ein stück vor warte ich stelle mich hin aber stelle ich da einfach mal hin Maxi lass mich erst im voll machen bitte Maxi lass mich erst im voll machen bitte jetzt sind wir grad schon nur am abtanken könnt ihr doch gleich machen und äh fahrt mal ein stück vor bitte jo dann erreicht fahrt mal ein rohr raus du ey sorry ja hier dreh einfach dreh einfach gas warte ich noch fahr wenn ihr dacht fahrt dein rohr jetzt einmal raus aber näher Gut, ich stehe. Fahr, 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 fahr. Wir machen im Fahren einfach. Die Flächenleistung muss da sein. Ja, das ist auch vom Horchbeckdach. Überladewagen, da gibt's noch viel mehr. Düngersteuer und so alles. Schreibt mal in die Kommentare, wer alles auf der Agri-Technica war. Ich. In die Kommentare und nicht jetzt. Einen haben wir auf der Agri-Technica ja getroffen. Ja. Wen? Ja, da war ein Zuschauer. Da waren wir bei... Grüße gehen raus an dich. Wie du siehst, grüße gehen raus. Da waren wir bei Holmer. Und haben uns bei dem Simulator angestellt. Oh, war... kam da noch ran an den Simulator? Bei Holmer? Ja. War's da cool? Ja. Weißt du, die ganzen Kinder da saßen irgendwie fast eine halbe Stunde dran? Ne? Ja. Und... Falk und ich wollten das halt bloß noch ausprobieren. Ja. Ja. Hey, ihr soll euch das eigentlich auch... auch mal aufgefallen, dass, äh, hier... Ähm, äh, hier das Kubota... sich... sich so groß aufgestellt hat jetzt. Also dieses Jahr auf der Agri-Technica. Wer hat sich groß aufgestellt? Wir sind nur dran vorbeigegangen an Kubota. Ähm, äh, ja... Ich hab' nicht gesehen. Die waren vor zwei Jahren oder so, waren die viel kleiner. Und jetzt... Äh, irgendwie... 5, 6 Schlepper und sowas. Also... Also... Ja, sie ist ja... auf der Karte, wo ich bin. Wenn du hier unten weiterfährst, Nils, da unten steht Leon dann. Unten links halt. Ah, hier fahrt so... auf und ab. Alter, oder die E-Schlepper, ne? Das ist echt der Witz. Ey, aber die... von den E-Schleppern... Ah, Alter. Von den E-Schleppern halte ich aber gar nix. Ich ahne, äh... Das sind doch keine Trecker mehr dann. Ja, der große, da kannst du eventuell mal zwei Stunden fahren. Ja, das darf ich dir noch keine Trecker mehr. Und dann legst du ja alle. So, oder wenn du Gruppern kehrst oder sowas. Na, eine Stunde oder so, dann ist der alle. Ja. Ja, viel Spaß und dann darfst den wir eine halbe Stunde aufladen, irgendwie. Ja, oder... Oder noch länger. Nee, das sind dann keine Trecker mehr. Das sind dann nur noch... Spielzeuge. Ja, der legst hier länger auf als du fährst. Also... Allgemein... Von den... E-Autos, E-Traktoren... Halte ich gar nix. Gut. Ist von der gute Sache, ja. Stimmt schon. Ist... Ist ein bisschen umweltfreundlich. Aber... Aber gut, wenn du damit nix schaffst... Das... Das bringt dir auch nix, ne? Nee. Vor allem nicht für die Bauer, die Träger. Äh, ja. Ey, habt ihr schon die neue... Äh... Habt ihr schon... Habt ihr schon die neue China-Marke gesehen? Naja. Wie hieß die? China-Marke. Nicht Kubota, sondern Zoom. Äh, ja, die hab ich gesehen. Die Nähe und... Die Nähe und... Dann ist er nämlich auch voll. Ja. Ach, der Engels ist hier vorne schon voll. Ja. Geht sehr, sehr schnell voll. Klar. Aber die Überlade-Dinge halt voll langsam. Sollte schon da wegfahren jetzt. Ja, hab ich grad auch so gedacht. Ich hab da noch so, so, so Schlepper gesehen, wo innen drinnen die komplette Ausstattung oder... oder fast die komplette Ausstattung komplett weiß ist. Waren die Ne... Waren die Neon? Äh... So hellgrün? Ne, die waren so rot, glaub ich. Ach so, weil... Die neuen China-Marken, die sind nämlich komplett hellgrün. Okay. Sogar, ich glaub mehr als hellgrün, ich glaub sogar Neon. Und... Hab die nur auf YouTube gesehen, deswegen. Ja, also wer sich das eingefallen hat, ne. Decker und in Ausstattung komplett weiß. Also... Weißt du? Da gehst du ein paar Mal rein... Nein! Check this out! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Ich bin Daniel21. Mit dabei hab ich heute den Leon. Moin. Den John. Hallo. Den Maxi. Servus. Den... Den... Den Tobias. Moin. Und... Den Dennis. Moin. Ja. Wir sind heute am... Weizen-Dreschen. Müsste eigentlich Weizen sein. Haben einen Auftrag dafür bekommen. Vom Bauer Job. Und... Ja. Wollen wir mal loslegen. Leon und ich fahren ab. Maxi und John fahren in den Überladewagen. Und Dennis und Tobias fahren heute mal den Drescher. John, wen willst du von den beiden nehmen dann? Ich nehme Dennis. Okay, dann nehme ich Tobias. Müs? Ja. Fah ich falsch? Wir sind alle... Wir sind alle rechts rum. Hm. Und wir müssen rechts rum. Ja, ey. Dann... Fah ich eine andere Tour halt. Ja, soll ich gleich rechts runter oder? Die hinterher. Die mir hinterher. Ja, wir fahren... Wir fahren eine andere Tour heute. Ja, gut. Wir haben Zeit, bis die mal voll sind. Ja, gut. Wir fahren. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Wir fahren. Wir fahren durch. Ja, gut. Schau. Die Tape, man. Schöne über die Brücke. Ach ja, mit vollem Wagen wird das, glaube ich, schwieriger, an die hochzukommen. Hm, glaube ich nicht. Wir haben so viel PS unterm Arsch. Das geht schon, normalerweise. Sehen wir ja dann. Oh, ist so. Achso, mit hier Schroerablage oder ohne? Machen wir mit. Ok, gut.